für tag 100 eine glänzende schicksal mieten und los geht's hier der coin das sammelbild und die zwei booster weiß ich ja auch noch was drin mal schauen große scheinen könnt ihr euch den code und eine psycho energie schimp sticks arena trainer luxio irgendwie flashbacks smogon mapeko janma sepia scheinux mutineva leider kein schein hier und dahinter ist noch ein liberlo wie nice richtig gute minitönen ein kleines schein hier und wie karte aus zwei boostern sehr cool